Die Lieblingspizza der Sternzeichen Teil 2 Waage Euch reichen die Piccolinis, die kann man auch viel besser teilen. Dann bekommt auch jeder etwas ab, für alle gleich viel. Skorpion Ihr braucht keinen Schnickschnack auf eure Pizza. Ihr wollt einfach nur eine Steinofen-Margarita. Und die wollt ihr auch alleine essen. Schütze Ihr seid immer sehr abenteuerlich unterwegs und braucht etwas Ausgefallenes. Kürbis 3erlei Pizza Steinbock Ihr wollt immer die neuesten Produkte, die besten trennen. Da gibt es also gerade nichts besseres als die Brezelpizza oder die Brezelpiccolini. Fische Für euch gehört, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, Ananas auf eine Pizza. Und sogar dafür hat Wagner eine Lösung. Die backfrische Hawaii. Glück gehabt. Wassermann Bella Napoli Speziale Die Speziale für den Speziellen.